So, dass er das zuerst nimmt und nicht die leckerliche Backung. Ja, dass er überhaupt das nimmt. Guck mal, er legt das ab. Ich glaube, ich rette mal die Packung Leckerchen. Den Schneemann können wir auch gleich noch ausprobieren, wenn er ein bisschen fitter ist. Hätte du auch was Feines gekriegt, ja? Er mag den Pinguin. Aber er reagiert darauf, als wäre da was dran. Oh, das ist immer das Faschel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.